Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu Terraforming Mars. Ja, der eine oder andere hat es ja schon mitbekommen, vor allem die Leute, die hin und wieder mal auf meinen Community-Tab gucken, auf meinem Kanal, dass ich in letzter Zeit doch recht viel Zeit damit verbringe, Brettspiele zu spielen. Und Terraforming Mars ist halt so ein Brettspiel. Ich besitze es im Original als Brettspiel halt noch nicht, weil es im Moment mal wieder ausverkauft ist. Es ist nämlich ein absoluter Dauerbrenner. 2016 ist es erschienen und hat auf BoardGameGeek eine Bewertung von 8,4 und ein Schwierigkeitsgrad von 3,23. Die Freaks unter euch, die wissen jetzt genau, was ich meine, aber das zeigt schon, das Spiel ist auf jeden Fall ein Dauerbrenner und unheimlich beliebt. Im Frühjahr, März, April, soll dann wieder eine weitere deutsche Auflage erscheinen von Terraforming Mars und da werde ich dann wahrscheinlich auch zuschlagen, weil man das Spiel halt wunderbar auch Solo spielen kann und darauf lege ich ja durchaus einen erhöhten Wert bei meinen Spielen, die ich spiele. Wenn man alleine spielt, braucht man halt Solo spielen, so ist das nun mal. Und ich wollte auch mit euch eine Solo-Herausforderung spielen und ich muss euch dazu sagen, ich habe das Tutorial gespielt, ich habe auch schon eine Solo-Herausforderung gespielt, wo ich 40 Punkte erreicht habe, aber trotzdem das Spiel verloren habe. Da kommen wir gleich nochmal näher drauf zu sprechen. Längeres Video habe ich geschaut beim Ben vom Brettspiel-Blog. Hoffentlich vergesse ich das nicht zu verlinken unten in der Videobeschreibung. Das könnt ihr euch da mal selbst angucken. Und ich weiß so ein bisschen, wie es geht, aber ich bin weit, weit, weit davon entfernt, ein mittelmäßiger Spieler zu sein, was Terraforming Mars angeht oder sogar ein Anfänger. Also ich bin ein blutiger Anfänger. Bloody, bloody Starter sozusagen. Weil ich das bitte im Hinterkopf, wenn ich jetzt anfange, das Spiel zu spielen. Wir starten die Solo-Herausforderung. Das ist der Mars. Es gilt vielleicht, vielleicht sollte ich das mal sagen, darum natürlich den Mars zu besiedeln und ihn lebensfreundlich für die Menschheit zu gestalten. Wir müssen Sauerstoff nach oben bringen, wir müssen die Temperatur nach oben bringen und wir müssen natürlich Wasser auf den Planeten bringen. Das zeige ich euch gleich nochmal. Am Anfang wählt man zwischen zwei Konzernen aus, die natürlich Vor- und Nachteile haben. Terractor, Inventrix. Die beiden könnten wir jetzt auswählen. Wenn wir Terractor wählen, dann wählen wir mit 60 Megacredits. Oder fangen wir mit 60 Megacredits an. Und was hätten wir hier? Anhalten, Effekte oder Aktionen. Wenn du ein Erd-Symbol ausspielst, bezahlst du drei Megacredits weniger. Wie wäre es denn bei Inventrix? Was machen die denn? 45 Megacredits und als erste Aktion ziehen wir drei Karten. Das ist schon mal stark. Wir haben jetzt, nachdem wir diesen Konzern auswählen, haben wir die Möglichkeit, zehn Karten zu wählen. Diese Karten können wir aus. Neben Standardaktionen, die man spielen kann, kann man die ausspielen. Und wenn wir hier mit drei Karten anfangen, ist das schon mal nicht schlecht. Aber was haben die noch als Effekt? Deine Temperatur, Sauerstoff und Ozeanbedingungen sind immer noch deiner Wahl um zwei Stufen höher oder niedriger. Das klingt jetzt irgendwie interessant. Ich glaube, Inventrix hat zwar nicht so viel Geld zum Anfang wie Teraktor. Teraktor? Teraktor, ja. Deswegen würde ich sagen, wir starten mit Inventrix. Inventrix oder Teraktor, das sind halt die Konzerne, die wir jetzt auswählen können. Es gibt noch mehrere Konzerne im Spiel. Aber zu Beginn hat man, glaube ich, immer zwei zur Auswahl. Einen muss man wählen und zehn Startkarten, aus denen man wählen kann. Wenn ich den Ben vom Brettspielblock richtig verstanden habe, dann hat man die im richtigen Brettspiel. Die zehn Karten zuerst, kann sich die angucken und kann sich dann entscheiden, mit welchem Konzern man spielt. Hier beim Computerspiel ist es wohl andersrum. Egal, wir nehmen Inventrix, kriegen drei Karten auf die Hand. Die müssten eigentlich jetzt schon unten sein. Oder vielleicht können wir drei umsonst auswählen. Ich weiß es nicht. Und natürlich ist man Anfänger total überfordert, wenn man jetzt erstmal die Karten sieht. Zum Kartenaufbau selbst, hier oben. Das sind die Megacrits, die wir bezahlen müssen, wenn wir die Karte ausspielen. Dann hat jetzt hier dieser Extremkältepilz die... Es muss mindestens zehn Grad oder kälter sein. Wenn wir irgendwann mal einen höheren Wärmegrad erreichen, dann ist diese Fähigkeitenkarte, glaube ich, nichts mehr wert. Dann funktioniert die nicht mehr. Was würde sie denn trotzdem tun? Aktion, erhalte eine Pflanze oder füge anderen Karten zwei Mikroben hinzu. Wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht groß drauf eingehen, die Karten zu erklären, weil ich das eh nicht kann als Anfänger. Aber die, die das Spiel kennen, die werden jetzt wahrscheinlich lachen oder ha 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 ha. Können aber auch gerne in die Kommentare schreiben und sagen, was ich alles falsch mache und was man verbessern könnte. So, die kostet drei Megacredits. Und wir könnten hier die Megacredits-Produktion in eins senken und erhalten dafür aber einmalig dann zehn Megacredits. Das hört sich eigentlich gar nicht mal so schlecht an, würde ich mal behaupten. Wir spielen nämlich nur 14 Runden insgesamt. Und in jeder Runde bekommen wir Megacredits. 14 Runden bedeutet dann mindestens 14 Megacredits. Also, ihr wisst, was ich meine. Wenn ich jetzt diese Karte nehme, dann wird die Produktion verändert. Wir verlieren 14 Megacredits insgesamt, kriegen aber direkt von Anfang an zehn Megacredits. Die Karte wähle ich schon mal aus. Zu Beginn, die Karten auswählen kostet uns, das sehen wir unten, drei Megacredits. Beim Ausspielen wird diese Karte, wie gesagt, dann nochmal drei Megacredits kosten. Oder diese Karte wird dann 13 kosten. Eine Migrantenstadt. Was ist das denn für ein Effekt? Effekt. Immer wenn ein Stadtplätzchen, Plätzchen, Lick-Opp-Plätzchen, Plätzchen platiert wird, anschließend diese erhöhe deine Megacredits-Produktion um eins. Senke deine Energieproduktion um eins und deine Megacredits-Produktion um zwei, platziere ein Stadtplätzchen. Ah, okay. Erstmal, wenn man das zuerst macht, immer wenn ein Stadtplätzchen platziert wird, egal von uns oder von anderen Spielern, aber wir spielen alleine, erhöhe unsere Megacredits-Produktion um eins. Das hört sich jetzt erstmal nicht so gut an. Bestochene Kommission. Das hier sind übrigens die Siegpunkte. Am Ende des Spiels zählen natürlich auch noch die Siegpunkte dazu. Würden wir minus zwei bekommen für die bestochene Kommission. Aber unser Terraform-Wert wird sich um zwei erhöhen. Den haben wir hier, den Terraform-Wert, der ist aktuell bei 14. Und unser Terraform-Wert immer gleich das Einkommen der Megacredits, die wir bekommen. Also ein Terraform-Wert von 14 würde uns in der nächsten Runde 14 Megacredits bringen. Ich wähle die Karte mal aus. Auch wenn wir da auf Siegpunkte verzichten müssen. Fluginsekten. Die müssen mindestens 6% Sauerstoff haben. Da sind wir noch weit von entfernt. Brauchen wir nicht. Dein Lieblingsprojekt kostet uns einen Megacredit, wenn wir es ausspielen. Dann füge eine Karte, auf der bereits eine Ressource ist, eine weitere Ressource hinzu. Whatever. Wähle ich mal aus. Schwarzer Polarstaub. Platziere ein Ozeanplättchen. Senke deine Megacredit-Produktion mit zwei und erhöhe deine Werbeproduktion mit drei. Okay, jetzt haben wir schon eine Karte gezogen, die unsere Megaproduktion verringert. Aber das machen wir mal. Ich muss die Karte ja nicht ausspielen. Ich kaufe sie jetzt erstmal oder zahle dafür die drei Megacredits, um sie überhaupt auf die Hand nehmen zu können. Überkuppelter Krater. Was macht der denn? Sauerstoffgehalt muss 7% oder weniger sein. Erhalte drei Pflanzen, platziere ein Stadtplätzchen. Plätzchen, wieder Plätzchen. Ich bleibe jetzt einfach bei Stadtplätzchen. Hört sich besser an. Lecker. Senke deine Energieproduktion um eins und erhöhe deine Megacredit-Produktion um drei. Das hört sich doch ganz gut an. Jetzt haben wir noch die Stahlhütte. Okay. Aktion verbauche vier Energie, um zwei Stahl zu erhalten. Und den Sauerstoffgehalt um eins zu erhöhen. Hier unten haben wir halt dieses Stahl, hier haben wir Titan, hier haben wir Pflanzen, hier haben wir Energie und hier haben wir Wärme. Das sind natürlich die ganzen Ressourcen, die nachher eingesetzt werden, um halt in Maß auf Vordermann zu bringen. Die wähle ich auch mal aus. Sind wir jetzt schon bei 18 Megacredits, die wir bezahlen müssen für die Karten? Das geschützte Tal. Öde eine Megacredit-Produktion um zwei. Platziere ein Grünflächenplätzchen. Plätzchen. Ich, auch wenn ich es nicht will, ich spreche es immer falsch aus. Egal. Auf einen Ozean für, auf einem für Ozean reservierte Gebiet. Okay. Nehmen wir auch. Das sind auch schon alle Karten, die wir zur Auswahl haben. Die zehn Stück. Die kaufen wir, kriegen wir dann auf der Hand. Jep. Aufgrund deiner Kanzernauswahl musst du eine Aktion durchführen. Ziehe drei Karten. Gerne. Sind das zufällige Karten, die ich ziehe? Anscheinend sind das tatsächlich zufällige Karten. Gut, jetzt beginnen wir, sind im Spiel. Wir sehen hier Plätzchen, die wir platzieren können. Hier, hier, hier. Da können wir überall Wasserplätzchen. Ozeanplätzchen. Platzieren. Kriegen dafür dann zwei Pflanzen. Pflanzen wiederum kann man dann eintauschen gegen Grünflächenplätzchen, die dann wiederum den Sauerstoffgehalt hier O2 erhöhen. Wie gesagt, 14 Runden geht das Spiel. Hier in Generationen ausgedrückt. Hier im O2, also Sauerstoff, müssen wir einen Wert von 14 erreichen. Das geht, glaube ich, immer in einer Schritte hier voran. Und die Temperatur geht, glaube ich, in zweier Schritte voran. Da müssen wir acht Grad erreichen. Und neun Ozeanplätzchen müssen wir verlegen, damit halt dieser Planet, damit der Mars bewohnbar ist. Jetzt schauen wir mal, mit welchen Karten wir anfangen können. Wir können hier wieder unsere Mega-Credit erhöhen, unser Einkommen. Platziere ein Ozeanplätzchen. Senke deine Mega-Credit-Produktion um zwei. Erhöhe deine Wärmeproduktion. Und das machen wir jetzt einfach mal. Schwarzer Polarschopf, ja, möchten wir spielen. Okay. Jetzt müssen wir eigentlich in der Lage sein, genau, ein Ozean zu platzieren. Machen wir den einfach mal hier hin. Kriegen dafür dann auch zwei Pflanzen. Sehr schön. Unser Wert hat sich jetzt erhöht. Hätte der nicht sinken müssen? Egal. Können wir noch irgendeine Karte spielen? Ja. Von den Kosten her könnten wir hier noch Investitionskredits spielen. Senkt dann wieder die Mega-Credit-Produktion, aber wir erhalten einmalig zehn Mega-Credits. Die schlochene Kommission will ich jetzt noch nicht spielen. Das Lieblingsprojekt bringt jetzt auch nichts. Vielleicht spielen wir doch mal den Investitionskredit, damit wir die Kohle schön auf die Hand bekommen. Genau. Und da kommt die Kohle dazu. Sehr schön. Sonst kann ich nichts mehr machen. Kann ich vielleicht mal ein Standardprojekt ausführen. Da können wir ein Kraftwerk bauen. Ein Asteroid. Um den Terrawert zu erhöhen und die Temperatur um zwei Grad zu erhöhen. Ich glaube, ich nehme das Geld mal mit in die nächste Runde. Oder ich baue direkt ein Kraftwerk, um die Energieproduktion zu erhöhen. Denn wenn man hier Energie wandelt, nehme ich dann in Wärme um. Und Wärme kann man benutzen, um dann halt die Temperatur des Planetens zu erhöhen. Und damit kann ich jetzt auch passen. Ab in die nächste Generation, ab in die nächste Runde. Ich mache bestimmt eine Menge falsch, wie schon eingangs erwähnt. Aber ja, mei. So ist das nun mal. Kohle kommt dazu. Wunderbar. Wir wechseln rüber in die zweite Generation, also in die zweite Runde. Und können wieder bis zu vier Karten kaufen. Das ist an jedem Rundenanfang so. Hierfür brauchen wir fünf Ozeanplättchen. Da sind wir noch weit von entfernt. Geschützte Habitate. Gegner dürfen deine Pflanzentiere und Mikroben nicht entfernen. Unsinnig im Solospiel. Lavaströme. Erhöhe die Temperatur um vier Grad. Nachplatziere dieses Plättchen entweder auf Tarsis, Tolus oder Askreos Mons oder Parmes Mons oder Jaja. Klingt interessant. Können wir aber danach nicht ausspielen. Thermoelektrischer Generator. Senke deine beliebige Wärmeproduktion um zwei. Erhöhe deine Energieproduktion um eins. Auch blöd. Da müsst ihr, glaube ich, mal eine eigene um zwei senken. Oder die vom neutralen Spiel. Das kann natürlich sein. Ich nehme mal die geschützten Habitate. Oder? Ne, Quatsch. Das bringt mir ja nichts. Die Lavaströme wollte ich wählen. Genau. Auch wenn ich die jetzt noch nicht auswählen kann. Wählen kann man sie ja schon mal. So, haben wir noch 14 Megacredits. Das ist natürlich nicht so viel. Können wir damit noch irgendwas anfangen? Noch irgendetwas spielen? Urlaubsort Miranda. Wann habe ich denn die Garte gewählt? Achso, die ist wahrscheinlich zufällig auf die Hand gekommen. Was macht die denn? Erhöhe deine Megacreditsproduktion um je ein. Um eins je eigenes Erde-Symbol. Das erschließt sich mir jetzt nicht so ganz, was mit Erde-Symbol gemeint ist. Aber ich fürchte fast, dass mir das jetzt nichts bringt. Dass mir das jetzt nichts bringt. Irgendwie, wir müssen irgendwie zusehen, dass wir hier die Produktion erhöhen. Sei es jetzt die Pflanzenplättchen oder die Energieplättchen, um halt Wärme zu produzieren. Füge einer Karte auf, der bereits mindestens eine Ressource ist, eine Ressource hinzu. Das probieren wir mal. Ich weiß noch nicht, was das heißt, aber das probieren wir mal. Whatever, was haben wir hier an Effekten? Zeigt er mir auch nicht an. Das Sauerstoff, Wasser, Temperatur, Plus-Minus-Zwei. Kann ich sonst noch was machen? Nach wie vor Urlaubsort Miranda. Ja, im stochenen Kommission will ich jetzt nicht, auch wenn ich Geld gebrauchen könnte. Gibt es noch ein Standardprojekt, was ich ausführen kann? Ich könnte noch ein Kraftwerk bauen. Ich glaube, das mache ich mal, um hier einfach die Wärmeproduktion mal voranzubringen. Also es ist schon, glaube ich, sehr schwierig, innerhalb von 14 Runden die vorgegebenen Ziele zu erreichen, hier im Solo-Modus. Aber, naja, vielleicht sagt auch nur ich das, als blutiger Anfänger. So, was haben wir hier? 36 Megacrails. Oh, Riesen-Eis-Astio. Erhöhe die Temperatur um 4, platziere 2 Ozeanplättchen in der Ferne bis zu 6 Pflanzen eines Spielers. Okay, das ist schon mal stark für die 4 Grad und für die 2 Ozeanplättchen, aber 36 Megacredits. Mediengruppe. Nachdem du eine Ereigniskarte ausgespielt hast, erhalst du 3 Megacredits. Die wählen wir mal aus. Grundwasserpumpe. Bezahle 8 Megacredits, um ein Ozeanplättchen zu platzieren. Stahl darf benutzt werden, als würdest du Gebäudekarten spielen. Genau, wenn man Gebäudekarten nämlich ausspielt, dann kann man die nämlich durch Stahl, wenn man Stahl hat, die Kosten reduzieren. Hochspannungsnetzwerk bringt uns was. Erhöhe deine Energieproduktion um 1 je eigenes Energiesymbol, anschließend dieses. Klingt auch interessant. Alles so toll, aber wieder keine Kohle dadurch. Irgendwie zu sehen, dass ich die Kohle hier irgendwie an Laufen bekomme. Selbst meine bestochene Kommission kann ich jetzt nicht spielen, um die... Achso, dass der Terraform-Wert erhöht wird. Wir sind gleich hier Megacredits. Egal. Ja, kann ich jetzt nichts machen in der Runde. Tatsächlich. Weiter. Also, das läuft sicherlich nicht gut. Falls sich Profis unter euch hier befinden, die würden wahrscheinlich sagen, Gottes Willen, was macht denn der da? Also, die dauerhafte Folge von 3 Megacredits war vielleicht auch nicht die beste Idee von Anfang an. Tagebaugrube. Senke Energieproduktion um 2, das will ich eigentlich nicht. Asteroiden-Energie-Strahl benötigt eigenes Jupiter-Symbol. Whatever. Der Staudamm benötigt 4 Ozeanplättchen, bringt mir jetzt im Moment auch nichts. Und die Titan-Mine erhöht meine Titan-Produktion um 1. Bitte auswählen. So. Jetzt haben wir 12 Wärme und können davon 8 Wärme benutzen, um einmal die Temperaturstufe zu erhöhen. Das heißt, wir gehen von minus 30 Grad auf minus 28 und der Terraform-Wert erhöht sich auf 16 durch diese Aktion. Das ist doch wunderbar. Und wir haben noch 14 Megacredits. Können wir da noch was spielen? Bestochene Kommission. Da können wir natürlich den Terraform-Wert, wie gerade erzählt, schon erhöhen. Oder die Mediengruppe. Wenn wir dort einen Effekt ausspielen. Wie war das nochmal? Eine Ereigniskarte ausspielen, halten wir 3 Megacredits. Mach mal. Und wenn wir noch Geld haben, oder da wir noch Geld haben, spiele ich auch noch die Titan-Mine aus, um endlich mal hier ein bisschen Titan zu produzieren. Ja, genau. Oben sehen wir dann immer die Werte, die in der nächsten Runde dazukommen, beziehungsweise die Effekte, die sich darauf auswirken. Ich bin gespannt, ob ich meine, ähm, grandiosen 40 Punkte vom letzten Mal, ähm, erreichen kann diesmal. Befürchte fast nicht. Wenn man hier schon keine Kohle hat, ist das echt übel. Echt, echt übel. Die Zollstation. Erhöhe deine Megacredits-Produktion um 1, je Weltraumsymbol, das deine Gegner haben. Hm, bringt mir sowas was im, äh, Singleplayer, im Soloplayer? Ich glaube eher nicht. Stadt Noctis. Senke deine Energieproduktion um 1 und erhöhe deine Megacredits-Produktion um 3. Platziere ein Stadtplättchen auf dem reservierten Gebiet. Ignore dabei die normalen Platzierungsregeln. Klingt interessant. Stadt Noctis kann man hier nur auf einem bestimmten Feld, glaube ich, aus, äh, aufbauen. Importiertes CO2. Erhöhe deine Wärmeproduktion um 2. Hm, auch nicht schlecht. Nimm mit. Und Sperrgebiet. Oder stehen sie schon mit den Waffen? Was ist denn da los? Bezahle 2 Megacredits, um eine Karte zu ziehen. Platziere dieses Plättchen. Welches Plättchen? Dieses Plättchen hier? Ach so. Dann kann man das platzieren. Und dann können andere auf diesem Gebiet nicht bauen. Okay. Jetzt erstmal nicht. Ich habe echt zu wenig Geld. Das ist nicht schön. Ich erhöhe mal den Terraformwert, damit wir mehr Kohle bekommen in der nächsten Runde. Auch wenn uns das zwei Minuspunkte bringt. Genau. Und jetzt kann ich nichts mehr machen, vermute ich. Nein, auch von Standardaktionen können wir nichts mehr machen. Wir könnten ein paar Cent verkaufen, was auch immer das heißt. Ah, Karten können wir verkaufen. Karten können wir verkaufen. Okay. Ist das tatsächlich so? Die unterirdische Stadt habe ich doch gar nicht auf der Hand gehabt, oder? Mal gucken. Habe ich die unterirdische Stadt auf der Hand? Doch, da ist sie. Also kann man Karten hier durch dieses Standardprojekt auch verkaufen. Okay. Aber die Karten habe ich immerhin alle ausgewählt, weil ich da mir was bei gedacht habe. Hochspannungsnetz. Sollen wir das einfach mal probieren? Was gibt uns das denn? Wie viel Geld? Was für eins? Das gibt uns ein Mega-Quell? Nein. Nein, 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 nein. Ich bin zu geizig. Dann, äh... Besiedeln war dem Maß halt nicht, ist Milo egal. Einmal galt schon die Halbzeit. Und nichts auf die Hand bekommen, oder nichts hier zu laufen bekommen. Äh, Wasserelektrolyse-Anlage. Verbrauche 3 Energie, um den Sauerstoffgehalt um 1% zu erhöhen. Nötig 2 oder mehr. Auch sie haben Plättchen. Blah, geht nicht. Regenwürmer. Nötig Sauerstoffgehalt von 4% oder mehr. Wettstreit oder Erfinder. Schau dir vom Stapel die obersten 3 Karten an. Nimm da von einer auf die andere und wirf den Rest ab. Oh. Das kann man mal auswählen. Karten sind immer gut. Verbindungsbüro Erde. Wenn du ein Erdsymbol ausspielst, bezahlst du 3 Mega-Quells weniger. Keine Ahnung, ob das eine gute Karte gewesen wäre. So. Bitte wieder ein bisschen Wärme sorgen. Oh, mit minus 26 Grad ist es mittlerweile ja richtig angenehm, ne? Wenn wir die Stahlhütte spielen, kriegen wir was? Verbrauchen wir 4 Energie, um 2 Stahl zu halten und den Sauerstoffgehalt um 1% zu erhöhen. Verbrauche 4 Energie. Ich hab, achso. Oder wird hier, wer ist das? 4 Energie kann ich ja gar nicht spielen, oder? Ich hab ja nur 2 Energie. Was passiert denn, wenn ich das jetzt spielen würde? Würde ich schon mal gerne wissen. Würde ich schon mal gerne wissen. Und Absorb Miranda ist noch das. Importiertes CO2. Erhöhe die Wärmeproduktion um 2. Das können wir mal machen. Jetzt kann ich zum Beispiel hier das Titan, was wir haben, einsetzen, um die Kosten hier unten zu drücken. Ja, machen wir mal. So, damit haben wir schon 5 Wärmeproduktion pro Runde. Und wir schauen uns mal die ersten 3 Karten an. Wenn ich die Karte richtig verstehe, dann war das eigentlich recht billig. Kriegen wir dann nämlich die Karte, die wir uns dann nämlich auswählen. Die kriegen wir dann praktisch umsonst. Auf jeden Fall, die müssen wir dann nicht kaufen. Ja, dann müssen wir natürlich, wenn wir sie dann bauen, platzieren, wie auch immer, müssen wir natürlich Geld für das geben. Das ist klar. Zundra Ackerbauer braucht eine Temperatur von 6 Grad oder Wärme. Minus 6 Grad oder Wärme. Polare Eiskappen abschmelzen. Benötig eine Temperatur von plus 2 Grad. Das bringt mir auch nichts. Oder Lichen. Lichen. Das bringt mir alles nichts. Total toll. Total toll. Ja, bei der Karte sind wir, glaube ich, noch am nächsten dran. Mit minus 6 Grad. Ah, da nehmen wir die mal auf Hand. Ich habe noch 14 Megacredits. Können wir noch ein Standardprojekt ausführen? Grünfläche können wir nicht platzieren. Wir könnten noch ein Asteroid platzieren, um die Temperatur zu erhöhen, was dann wieder den Terra-Wert erhöht. Mach mal. Und jetzt sind wir fast pleite. Naja, wie wunderbar. Das war vielleicht keine gute Idee. Mit diesen minus 3 Megacredits von Anfang an. Vielleicht war das keine gute Idee. So, die Solarenergie. Erhöhe deine Energieproduktion um 1. Okay. Fortgeschrittenes Ökosystem. Benötig Pflanzen, Mikroben. Und das weiß ich auch noch nicht alles, wie das mit den ganzen Mikrobenplätzen funktioniert, wenn man da Mikroben auf Karten platziert und so. Muss ich mich auch nochmal schlau machen. Das Baugewerbe. Senke deine Energieproduktion um 1. Erhöhe deine Schaltproduktion um 2. Nö, möchte ich jetzt nicht. Die Lebensmittelmanufaktur macht was? Senke deine Pflanzproduktion um 1. Habe ich dann minus 1? Geht das? Und erhöhe deine Megacreditsproduktion um 4. Was eigentlich nicht schlecht ist. Aber ich nehme mal die Solarenergie auf die Hand. Einmal wieder die Wärme erhöhen, bitte. So. Das ist aber blöd, wenn man keine Kohle hat. Die Solarenergie, die baut man dann bitte auch gleich, um die Energieproduktion zu erhöhen. Und sind dann schon wieder fertig in der Runde. Wir haben mittlerweile Halbzeit. Haben jetzt immerhin einen Siegpunkt dazu bekommen, durch die Solarenergie. Geht mal hin. Boah, bin ich schlecht. Aber das Spiel macht schon Spaß. Das hat was. Im Original, wenn man es natürlich vor sich auf dem Tisch liegen hat, das ist nochmal ganz was anderes. Ich glaube auch mit mehreren Personen macht das auch richtig viel Bock. Schon nicht schlecht. Ich verstehe schon den Hype darum. Ich kann es nachvollziehen. Als Industriezentrum könnten wir uns auswählen. Bezahle 7 Megagrits, um eine Stahlproduktion zu erhöhen. Wir müssen diese Plättchen angrenzen und ein Stadtplättchen platzieren. Tiefbrunnenheizung erhöhe deine Energieproduktion um ein. Erhöhe die Temperatur um um zwei. Das hört sich gut an. Die nehmen wir. Kerosinfabrik. Senke deine Energieproduktion um eins. Erhöhe deine Titan und Megagritsproduktion um ein. Also das hört sich auch gut an. Methan vom Titan. Methan vom Titan. Das reimt sich sogar. So, jetzt will er die Temperatur erhöhen. Jetzt haben wir diese Schwelle hier erreicht. Wir bekommen dazu, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, nochmal eine Wärmeproduktion pro Runde dazu. Das Einzige, was mit mir funktioniert, ist die Temperatur. Na immerhin muss niemand erfrieren. Kann zwar auch niemand atmen, aber niemand muss erfrieren. Bald sind wir zumindest soweit. Die Tiefbrunnenheizung wollte ich doch bauen. Genau, Energieproduktion erhöhen und die Temperatur erhöhen. Für 13 Megacredits. Was uns dann auch wieder den Terra-Wert erhöht. Und das war es mal wieder. Kann nichts mehr machen. Also ich glaube nicht, dass ich die 40 Punkte erreichen werde. Ich habe auch noch nichts platziert. Hier keine Grünplättchen, keine Städte, keine Ozeane. Doch einen Ozean haben wir ja platziert. Stimmt. Ich bin der schlechteste Mars-Terraformer aller Zeiten. Oder was soll's. Auch das Heidekraut. Was sollen wir mit dem Heidekraut? Nötig eine Temperatur von minus 14 Grad oder wärmer. Ja, übernommen. Und übernommen. Megacreditsproduktion um 3 erhöhen. Damit könnten wir den Malus vom Anfang ausgleichen. Auswählen bitte. Forschungsvorposten macht was. Wenn du eine Karte ausspielst, bezahlst du 1 Megacredits weniger. Platziere ein Stadtplätzchen. Aber nicht neben ein anderes Plättchen. Ja, nimm mal. Will wissen, was das macht. Optimale Atmosphärenbremsung. Wenn du ein Weltraumereignis spielst. Habe ich überhaupt ein Weltraumereignis? Das hat Handheld zu 3 Megacredits und 3 Wärme. Kaufen wir die beiden Karten. Stopp. Achso, da hier. Temperatur erhöhen. So. Jetzt machen wir noch die Fusionsenergie. Benötige zwei Energiesymbole, die ich anscheinend nicht habe. Kerosinfabrik, übernommenes Unternehmen. Genau, damit können wir dann den Malus von minus 3 ausgleichen. Und das war es auch schon wieder. Jetzt haben wir immerhin 60 oder 30 Megacredits nach der nächsten Runde. Wir kriegen ja 24 plus die 6 dazu. Können wir was machen mit den 6 Megacredits? Dann noch eine Karte spielen. Urlaubsorten dran da. Das mache ich jetzt einfach mal. Kann ich das überhaupt machen? Geht doch gar nicht doch. Achso, das geht nur, wenn ich die beiden Titanen ausspiele. Genau, dann geht das. Mach mal. Wie gesagt, Profis dürfen gerne in die Kommentare schreiben, wie ich schlecht ich bin. Obwohl, vier Runden habe ich ja noch. Wer weiß, kann viel passieren. Physikkomplex. Zwei Siegpunkte je Wissenschaft auf dieser Karte. Okay. Keine Ahnung. Landnahme. Reserviere ein nicht reserviertes Gebiet. Du darfst, nur du darfst hier Plättchen platzieren. Auch beim Solospieler egal. Vermute ich mal. Gras benötigt eine Temperatur von 16 Grad oder weniger. Lagrange Observatorium. Ziehe eine Karte. Ein Siegpunkt und kostet nur 9 Credits. Das machen wir. Okay. Sondern mal gucken, die Stahlhütte. Was macht die nochmal? Verbrauche vier Energie. Ja, um zwei Stahl zu erhalten und den Sauerstoffgehalt um eins zu erhöhen. Das mache ich mal. Und dann müssen die jetzt die vier hier weggehen. Oder? Warum funktioniert das jetzt nicht? Verbrauch. Achso, dann müssen wir da eine Aktion ausführen. Wie führe ich diese Aktion aus? Jetzt sagen, ich will vier Energie verbrauchen, um zwei Stahl zu erhalten. Oder ist das bei jeder Runde automatisch beim Rundenumbruch? Funktioniert das bei jedem beim Rundenumbruch automatisch? Aktionen. Ah, das ist es doch. Genau. Das ist es. Zack. Machen wir mal. Ja, sehr schön. Und die Temperatur hoch. Äh, der Sauerstoffgehalt hoch. Wunderbar. Hier können wir noch erhöhen. Wärmeressourcen. Kann ich das noch ein zweites Mal machen? Kann ich auch noch ein zweites Mal machen. Genau. Habe ja noch Wärme. Sehr schön. Na, minus zwölf. Das ist doch jetzt wirklich angenehm. Das Observatorium wollt ihr spielen? Genau. Ich will aber die Kosten nicht senken. Doch, muss ich senken. Gibt uns einen Siegpunkt. Und eine Karte haben wir gezogen. Wäre ja schön, wenn man die Karte direkt angezeigt bekommen würde. Kerosinfabrik könnte ich immer noch spielen, weil ich dann den Stahl abgebe. Energieproduktion um 1 senken. Wir sind bei 4. Höre deine Titan- und deine Megacreditsproduktion um 1. Ach, komm. Zack, hier raus. Alles bauen. Genau. Und neben den 27 für den Terraformwert oder den Terrawert bekommen wir dann noch 3 dazu. Jetzt jede Runde für Megacredits. Ich kann nichts mehr tun, nichts mehr machen. Weiter geht's. Immer ja mit der Kohle. So langsam kommt die Engine ans Laufen. Aber dafür wird das schon am Spielende. Wenn man natürlich dann das Brettspiel spielt, dann kann man natürlich weiterspielen nach 14 Runden. Dann sagt ja niemand, hör jetzt auf. Ja, laut Regeln hör jetzt auf. Aber das ist ja ein eigenes Spiel. Du kannst ja spielen, wie du willst. Sonnenwindenergie. Erhöhe deine Energieproduktion um 1. Erhalte 2 Titanen. Ja, hört sich gut an. Asteroineinschlag bringt uns was. Erhöhe die Temperatur um 2. Erhalte 2 Titanen. Erferne bis zu 3 Pflanzen eines Spielers. Das hört sich auch ganz gut an. Ich glaube, die muss man dann vom neutralen Spiel annehmen. Ob das im Solospiel auf dem echten Brettspiel funktioniert, ich weiß es nicht. Nutzung von Blitzenergie. Benötigt 3 Wissenschaftssymbole. Weiß ich nicht, was das heißt. Habe ich auch nicht. Und denitrifizierende Bakterie. Füge dieser Karte eine Mikrobe. Ich weiß nicht, was diese Mikrobe auf sich hat. Also, weiß ich. Das ist wahrscheinlich total wichtig. Kriegt man sonst gar nicht hin. Irgendwie. Kann man gar nicht gewinnen in das Spiel. Ich weiß es nicht. Aber naja, ist nun mal so. Die Wärme wird erhöht. Super. Wunderbar. Man kann übrigens hier das Computerspiel auch gegen den Computer spielen. Also gegen die KI. Das funktioniert auch. Halt im Moment. Statt noch Test. Kann ich die bauen? Da müssen wir mal ein bisschen was platzieren können hier wenigstens. Senke Energieproduktion um 1. Okay, nicht so gut. Aber höre die Megacreditsproduktion. Machen wir. Ich glaube, die muss ich jetzt hier hinbauen. Die Stadt Noctis. Genau. Bleibt uns nur das Feld hier. Dafür kriegen wir zwei Pflanzen. Und bitte eine Kuppel drüber. Genau. Ja, damit wir uns auch mal gesehen haben, dass ich mal was gebaut habe hier. Außer dieser kleinen Ozean. So. Energie dazu. Das ist schön. Und jetzt haben wir noch 8 Megacredits. Kann ich mit denen noch irgendwas machen? Hier würde ich dann wieder drei Pflanzen verlieren, die ich mir gerade so hart erarbeitet habe. Hier können wir die Energieproduktion unterhalten. Zwei Titan. Müssen dafür nur einen Titan abgeben, um das nutzen zu können vom Preis her. Also man kann eine Ressource, eine entsprechende Ressource aufwenden, um den Preis zu senken. Oder man kann eine Ressource aufwenden. Das gibt dann drei Megacredits, wenn ich das richtig verstehe. Wenn ich jetzt nichts aufwenden würde, dann müsst ihr einen vollen Preis von 11 bezahlen. Mit einem Mega. Mit einem Titan. Und dann nur noch 8. Na bitte. Geht doch. Ja gut. Ein bisschen haben wir ihn ja besiedelt, dem Mars. Also nicht ganz so toll, aber immerhin. Da friert sich niemand mal den Arsch ab. Das kann niemand mehr behaupten. Ja gut. Minus 10. Können wir halt nur Russen auf dem Mars bringen. Ja. Ist ja auch rot. Passt ja. Die sind das ja auch dann gewohnt von der Temperatur her. So. Die brauchen zwei Stadtplättchen hier, die Strahlenschutzanzüge. Toll. Tektonische Energiegewinnung. Benötige zwei eigene Wissenschaftssymbole. Whatever. Muss ich nochmal nachgucken im Tutorial. Naturschutzgebiet. Benötige ein eigenes Grünflächenplättchen, welches ich noch nicht habe. Und ein medizinisches Labor. Bring mir was. Erhöhe deine Megacreditsproduktion um 1 je 2 eigene Gebäudesymbole. Einschließlich dieses. Äh. Ja. Mach mal. So. Was könnten wir denn noch bauen? Interessant ist. Was brauche ich denn? Ich bräuchte mal Pflanzen. Pflanzen bräuchte ich mal. Hier bräuchte ich aber eine Temperatur von minus 6 oder weniger. Das erreiche ich dann frühestens in der nächsten Runde. Jetzt gehen wir auf minus 8. Und in der nächsten Runde könnten wir minus 6. Und dann könnten wir den Ackerbau betreiben. Den Tundra-Ackenbau. Ackerbau. Das bringt uns jetzt natürlich nichts. Kalisto-Strafmine. Wo kam die denn jetzt auf einmal? Ah ja. Erhöhe deine Megacreditsproduktion um 3. Da bringen wir jetzt bei 2 Runden nicht mehr so viel. Asterin-Einschlag. Wie gesagt, kostet uns dann wieder die Pflanzen. Das möchte ich nicht unbedingt. Das geschützte Zahl. Megacreditsproduktion um 2 erhöhen. Platziere ein Grünflächenplättchen auf einem Ozean. Um einen für Ozean platzierten. Ja, mach mal. Komm. 23 kostet das. Aber mach mal. Yeah. Können wir da hinbauen irgendwo? Jo. Machen wir da hin. Wir haben nämlich dann jetzt auch 8 Plättchen. Oder? Oder in der nächsten Runde erst? Ich glaube, erst in der nächsten Runde. Kann ich noch was machen? Kalisto-Strafmine. Können wir noch bauen? Warum? Ach so. Oder ich da, als ich Titan einsetze, kann ich den Preis so weit runterdrücken? Ja, mach ich doch. Dann gibt es uns als wenigstens 2 Siegpunkte. Ja, das passt schon. Mal gucken, was das heißt hier, diese Symbole. Das sind dann wahrscheinlich durch Karten, die ich ausgespielt habe. Kann das sein? Die eine Stadt müsste sich ja durch die Stadt Noctis ergeben, die ich gebaut habe. Ähm, aber... Ach so, das sind die ganzen gespielten Karten. Da kann man dann auch nochmal nachgucken. Okay. Jetzt kommen wir auch langsam an Kohle. Bisschen spät vielleicht. Aber ja, Mai. So soll es sein. Ich frage mich gerade, ob die Stadt Noctis bei uns als Stadt zählt. Denn wenn man daran dann nämlich Grünflächen anbaut, dann zählen die, glaube ich, als Siegpunkte. Ich das richtig verstehe. So, der tropische Urlaubsort. Ja, natürlich. Senke die Wärmeproduktion um 2, erhöhe ich dann die Megaproduktion um 3, brauche ich nicht. Das ist jetzt die vorletzte Runde. Der Ackerbau plus 4 Grad, schaffe ich nicht mehr. Nitrophüten. Dann benötige ich auch Ozeanplättchen, bringt mir auch nichts. Oder die arktischen Algen. Hier bringt mir nichts. Keine Karte bringt mir was. Dann nehmen wir auch keine. Ich erhöhe jetzt erstmal die Temperatur auf minus 6 Grad. Dann können wir jetzt den Tundra-Ackerbau ausspielen. Hier unten haben wir es. Gibt uns dann 2 Siegpunkte und auch 2 Pflanzenplättchen. Bündlich eine Temperatur von minus 6 haben wir. Minus 6 steht da. So, gibt uns jetzt nur ein Plättchen. Dann gibt es in der nächsten Runde noch ein Pflänzchen dazu. Naja, gut, wenn es sein muss. Oder können wir noch irgendwo einen überkuppelten Krater spielen. Sauerstoffgehalt muss 7% oder weniger sein. Dann bringt mir das gar nichts, verdammt. Irgendwo irgendwas mit Pflanzen. Hier, minus 3 Pflanzen. Das ist genau das, was ich nicht will. Was macht das medizinische Labor nochmal? Ich glaube, das bringt mir jetzt gar nichts. Also kurz vor Ende könnte ich noch eine Grundwasserpumpe bauen. Komm, das machen wir einfach mal. Dann können wir ein Ozeanplättchen dann platzieren für 8 Megacredits. Aber das ist ein bisschen doof, dass mir da jetzt die zweite Aktion nicht angezeigt wird. Wir können es aber die erste nicht spielen, weil ich nicht genug Energie habe. Aber es wäre trotzdem cool, wenn man das anzeigen könnte. Was ist denn der Effekt? Wenn ich hier drauf klicke? Achso, Moment mal. Das ist dann dauerhafter Effekt. Genau. Nachdem du eine Ereigniskarte ausgespült hast, erhältst du 3 Megacredits. Ja, also langsam komme ich dahinter. Hust, hust. So, ich möchte gerne ein Ozeanplättchen bauen. Für 8 Megacredits. Äh, ist hier unten. Titanen brauche ich nicht. Komm, hier, genau. Dann kriegen wir Pflanzen. Dann kriegen wir Pflanzen. Dann können wir jetzt auch Pflanzenplättchen bauen. Genau. Schwupp. 8 Pflanzen können wir in eine Grünfläche umbauen. Wir müssen, glaube ich, ja. Oh, wir können hier anfangen. Hier kann ich anfangen, weil ich die Stadt Noctis und hier ein Ozeanplättchen und dort ein Ozeanplättchen gebaut habe. Ist das so? Ich glaube, ja. Dann kommen wir die Grünfläche dahin. Und wir dürfen uns dann im Endeffekt einen Siegpunkt geben. Total toll. So, wenn ich das richtig gesehen habe, kommt jetzt die letzte Runde. Also Generation 14, letzte Runde. Schwupp, ja, immer drauf mit der Kohle. Schwupp, schwupp. Letzte Runde. Wir sind natürlich weit davon entfernt, das Spiel zu gewinnen. Wie gesagt, es kommt nicht nur auf die Siegpunkte an. So kann man natürlich auch spielen und sagen, pass auf, ich bin Anfänger und ich habe so und so viele Siegpunkte erreicht. Und bin bis 3% sauer. Schwupp gekommen, bis minus 6 Grad. Das kann man natürlich auch alles so aufschreiben, wie man möchte. Können wir nichts anfangen. Atomares Sperrgebiete. Ist auch super. Kann man eine Atombombe zünden. Kaum neu sind wir auf dem Mars angekommen. Die Menschheit erstmal eine Atombombe zünden, um die Temperatur zu erhöhen. Ja, aber kann man machen. Gibt es aber einen tollen Effekt, wenn man das im Spiel macht. Habe ich das letzte Mal gemacht. Aber kostet dann 2 Siegpunkte. Möchte ich jetzt nicht tun. Importierter Wasserstoff. Das sieht interessant aus. Erhalte 3 Pflanzen oder füge einer Karte 3 Mikroben oder 2 Tiere hinzu. Platziere ein Ozeanplättchen. Machen wir. Nehmen wir. Offene Stadt. Brauchen Sauerstoffgehalt von 12 Grad oder mehr. Äh, 12% oder mehr. Ja, ist natürlich jetzt. Ähm, die sind wir noch weit von entfernt hier. Städte ohne Kuppeln zu bauen. So. Den Wasserstoff bitte einmal spielen. Das Plättchen können wir hier. Können wir noch irgendetwas benutzen hier. Na, bauen wir es da hin. Was ist denn? Oder zwei Pflanzen dazu. Und wir können uns noch zwei Pflanzen auswählen. Dann kommen wir auf neun. Dann können wir noch ein Grünflächenplättchen bauen. Das ist doch schön. So. Gebt mir das. Jawohl. Das machen wir dann hier unten hin. Bei der Stadt Noctis. Da seht ihr, wie lange ich jetzt gebraucht habe, um eine... Nein, ich will es nicht noch einmal funktionieren, um eine Engine zu bauen. Aber so halbwegs kommt jetzt so ein bisschen in Rollen. Ihr merkt es ja selbst. So. Zack. Das noch einmal. Die Natur erhöhen. Können wir den noch einmal erhöhen. Genau. Minus zwei Grad. Also das ist doch jetzt noch wirklich erträglich. Ich muss ja nicht erleben. So. Für das medizinische Lerbau, wenn wir noch einen Siegpunkt bekommen, dann bauen wir das. Ich glaube, ich vernachlässige auch viel zu viel die Standardprojekte, die man benutzen kann. Jede Runde. Kann sogar Städte bauen hier. Platziere ein Stadtplättchen und erhöhe deine Mega-Credits-Position um 1. Am Ende des Spiels erhältst du für jedes angrenzende Grünflächenplättchen einen Siegpunkt. Unabhängig von dessen Besitzer. Genau deswegen habe ich jetzt auch gerade Sachen um die Stadt Noctis gebaut. Wenn die mir gehört und das nicht irgendwie eine neutrale Stadt ist. Aber irgendwas kann ich doch bestimmt noch bauen, oder? Weil es uns vielleicht noch einen Siegpunkt gibt. Nein, das sind die einzigen Karten, die ich jetzt noch auf der Hand habe. Pulsionsenergie. Ja, das bringt jetzt, glaube ich, nicht so viel. Masseineinschlag. Ja, können wir machen. Da wird die Temperatur noch zweimal erhöht, was uns den Terraformwert erhöht. Das dürfte dann auch noch einen zusätzlichen Siegpunkt geben, glaube ich. Und drei Pflanzen eines Spielers entfernen. Muss ja nicht von uns sein, ne? Dann machen wir das doch. Beim neutralen Spieler. Geht das beim neutralen Spieler? Mal gucken. Durch die Erhöhung der Temperatur ist ein neuer Ozean entstanden. Wähle aus, wo du ihn platzieren möchtest. Genau, weil wir jetzt die Schwelle von 0 Grad überschritten haben. Ja. Mach mal. So, komm. Kriegen wir hier unten 2 Grad. Da kriegen wir noch eine schöne Karte auf der Hand. Vom neutralen Spieler können wir jetzt die Plättchen wegnehmen. Also die Pflanzen. Das ist gut. Was habe ich hier noch bekommen? Ein Standardtechnologie. Standard baut Standardtechnologie. Nachdem du für ein Standardprojekt bezahlt hast, Ausnahme und Patente verkaufen, L2-3 Megacredits. Ja, wie ich das jetzt bau, das bringt mir jetzt nicht wirklich was. Also bezahle 12 Megacredits, um ein Ozeanplättchen zu platzieren. Titan darf benutzt werden, wie beim Ausspielen einer Weltraumkarte. Ein Siegpunkt, ihr eigenes Jupiter-Symbol. What? Gibt es das einen Siegpunkt? Sehe ich das richtig? Oder brauchen wir dafür noch den Titan? Also den Mond, oder einer der Monde des Mars. Das baue ich jetzt einfach mal. Komm. Gib mal her. Wo ist er denn? Ist das Ganymed? Ne, Moment. Achso, Titan ist ja einer der Monde des Saturn, oder? War das so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich nichts mehr machen. Das war's. Und das dürfte jetzt auch das Spielende sein. Ja, da kriegen wir nochmal Sachen dazu. Klar, am Ende kann man nochmal die übrig gebliebenen Pflanzen umwandeln in Grünplättchen. Kann ich aber nicht in grünen Flächen umwandeln, weil ich nicht genug Pflanzen habe. Ja, fertig. Genau. Und jetzt ist das Spiel vorbei. Natürlich habe ich nicht gewonnen, weil, wie gesagt, er ist nicht terraformbar. Ich kriege nochmal die Bonuspunkte, die Siegpunkte dazu. Naja. Dafür, dass ich das erste Mal nur 40 Punkte erreicht habe und jetzt 53, geht das doch eigentlich. Auch wenn ich natürlich noch weit, 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 weit vom Sieg entfernt bin. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Terraformwert 39, Grünflächen 3. Wahrscheinlich 1, 2, 3. Ich weiß nicht, warum die Grünfläche hier, die sehen wir, was im Hintergrund zählt. Vielleicht, weil eine Stadt nebenan ist. Was ist möglich? Zwei Städte? Weil es wirklich zwei Städte gab? Gehörte mir eine zweite Stadt? Ich habe gedacht, mir gehörte nur die Stadt Noctis. Oder habe ich unten eine Stadt gebaut? Ich weiß es nicht mehr. Siegpunkte 9 durch Karten sind insgesamt 53. Ja, mei. Das ist mir doch ganz gut. Also ich mag Terraforming Mars auf jeden Fall. Sobald der Nachdruck erscheint im, wie gesagt, März, April, im Frühjahr, werde ich da zuschlagen. Die Restposten, die man jetzt kaufen kann, sind irgendwie vollkommen überzeugt. Zumindest, wenn man die deutsche Version haben will. Deswegen wartet er jetzt noch ab. So lange muss ich es halt dann hier am Computer spielen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare. Spielt ihr auch Brettspiele? Wenn ja, was spielt ihr denn so? Und kennt ihr Terraforming Mars? Und wie habe ich mich geschlagen als blutiger Anfänger? Ich möchte es gerne wissen. Ich bedanke mich für's Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.